Oh Gadget! So, wir schauen mal. Benachrichtigungen. Gab es ein schönes Login-Event? Genau, das erste hier oben. Klicken wir mal rauf. So, genau, schön. Jeden Tag haben wir schon einloggen. Seht ihr, ihr kriegt für jeden Tag echt eine gute Belohnung. Und ganz unten bekommt ihr sogar eine Heldenbeschwörung. Also auf jeden Fall eine gute Belohnung. Gute Sache. Ja, also schön jeden Tag einfach immer online kommen und dann bekommt ihr immer schön eure Belohnungen. So, machen wir weiter mit meinen Account-Vorschritte. So, gehen wir um meinen Helden. Genau, ich will aktuell echt gehen den Org ihr übelst gerne. Er ist für mich ein sehr, sehr guter Held. Und zwar, wichtiges von ihm, Schnappen. Er kann mit seiner Hauptfähigkeit den hintersten Mann einfach ranziehen. Meistens die Healer oder halt den Magier. Das heißt, alle fokussen ihn für ein paar Sekunden und dann ist er meistens instant down. Was auch ziemlich cool ist, auf jeden Fall die Eva. Gefahr im Verzug. Der wird einfach alles erhöht, was mit Ausweichen zu tun hat. Und jeder Charakter kriegt mindestens 12% mehr. Und plus die Stats, was sie auch selber drauf haben. Also mega gut zum Überleben. Ja, Tankman spiele ich aktuell den guten Bestienwächter hier. Auch ein guter Mann. Der kann stunnen. Der hält für aus. Echt ein guter Tank. Sonst habe ich hier die, ja, die Bestien-Bungenschütze mal hochgeskillt. Ganz am Anfang erster Held für mich gewesen. Er macht gut Damage, aber das war es ja noch schon. Also jetzt wirklich nicht hier irgendwelche Superfähigkeiten. Aber zum Damage machen ist er echt in Ordnung. Healer habe ich aktuell für diesen entschieden. Das war der Dunkel-Elf-Droide. Der hat echt gute Heal-Skills. Mit denen kannst du das ganze Team hochheilen. Ja, er kann hier 300% heilen. Da hat er einmal. Er macht, ähm, verbündete Höhe der Angriffskraft. Eine Dauerheilung. Also du kriegst mal Stack für Stack für Stack. Das kriegt der Heilung. Ihr habt zu viel Heilungskills mit diesen Druiden. Das ist der Wahnsinn. Also zum Healing ist der perfekt. Und dann spiele ich noch aktuell diesen kleinen, netten Mann hier. Den untoten Schütze. Macht auch einen guten Damage. Der hat auch echt was in sich hier. Skill ähnlich wie beim Orkjäger. Bloß er setzt den Fokus auf den Weiten und macht 40% mehr Schaden auch von 7 Sekunden. Das heißt, wenn die Beine zusammen stacken, ist das echt eine gute Kombination. Und die haben echt mega, mega Damage. Genau, Autoskiller hat da auch noch was Schönes. Das heißt, ja, einmal nur einen kleinen Damage-Skill. Der ist ganz nett hier. Immer wenn ein Verbündeter stirbt. Aber ich glaube, das ist falsch. Immer wenn irgendein Gegner stirbt, also nicht ein Verbündeter, dann kriegt der immer, also, wo es gestapelt wird, 4,6%. Die Abklingzeit. Aber ich glaube, es droppt auch, wenn der Gegner stirbt. Muss ich nochmal genauer, lass ich mal schauen, ob das so ist. Genau, Lebensraum ist auch immer gut zum Überleben. Und das läuft. Ansonsten ziehe ich nebenbei ein paar andere Händen hoch. Sie haben da ganz mehr schon gerollt hier. Genau, erstmal nicht schlecht hier. Der Minotaurus-Toten-Gamane hier für die Bosse. Der gibt natürlich mit seinem Hop-Skill ein Schild. Und das hilft extrem, damit die kleineren, mit den kleineren Leben einfach überleben. Genau. So, ansonsten gucken wir uns einfach mal um, was ich hier gerade schon gemacht habe. Genau, immer schön die Kisten abholen, die Güter. Damit ihr hier immer schön eure Gegenstände bekommt. Genau, Kiste habe ich eine. Perfekt. Muss gleich noch ein paar Farmen. Läuft. Die Kristalle sind immer wichtig, damit ihr diese Superfähigkeiten upgraden könnt. Das sind hier immer die hier oben. Bei ihr habt eine andere. Immer ganz oben dieses, solche Todesstoß. Ihr macht hier 33,3%. Genau, mehr Damage an so einen Superskill. Könnt ihr auch. Ihr müsst euch echt überlegen, weil diese Diamanten oder diese Kristalle, die droppen echt nicht so oft. Das heißt, echt überlegen, wen ihr die zum Upgrade zur Verfügung stellt. So. Das haben wir. Ich muss auf jeden Fall nochmal reingucken, ganz kurz hier. Genau. Aktuell fahre ich hier ein bisschen Gold. Einfach mehr Gold zur Verfügung haben. Gold ist das Wichtigste im Spiel. Bam, bam. Ja, ansonsten habe ich Hop-Tor schon geupgradet. Ich bin da schon Level 46 bin ich schon. Genau, wie würde ich sagen, das ist ganz ordentlich. Ich habe echt viel gezockt die letzten Tage. Genau. Da bräuchte ich dann wieder einen nächsten Level. Da war kein Problem. Warte noch ein bisschen ab. Und dann geht es los. Ja, Mien, wie immer, einfach Upgrade. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich muss nicht viel zu sagen. Was ich leider zu spät für mich rausgefunden habe. Und zwar die Hayden. Die brauchen ja immer... Ja, die super lila Dinger hier zum Upgrade. Und diese Kristalle hier, die Heldenkultur, den Kupfer. Den habe ich immer nicht wirklich krass gefarmen, weil ich dachte, ja, der kommt schon sowieso. Aber die kommen nur beim Bossen. Also, weil die blau-lila sind oder Ex-Bosse, kriegst du die als Drop-Rate gesetzt. Und die sind extrem wichtig, damit ihr halt eure, ja, ganzen Charakterien weiter leveln könnt. Ich habe es voll verplant, weil ich ehrlich bin, ich habe einfach gefarmt, gefarmt, level gefarmt, aber nicht darauf geachtet, was es wirklich droppt. Und jetzt habe ich aber ein bisschen nachgeholt und werde alle jetzt mal ein bisschen Upgrade. Weil sie da lila das Equip, brauchen ja auch lila diese Kristalle, wenn immer mehr. Und das heißt, ihr braucht einfach immer mehr Kristalle, um die Haupthellen abzugrainen. Auf jeden Fall würde ich euch vorstellen, auf fünf Helden erstmal zu fokussieren, damit ihr erstmal ein Team habt. Und dann nochmal zwei, drei zum Supporten. Ich habe dann einen zweiten Healer nochmal, die wird ein Schutzschild für die Bosse. Weil ihr könnt ja, wenn ihr einen Boss macht, unterstützen mit fünf Helden. Und auf jeden Fall nochmal fünf andere hochleveln, damit ihr ein gutes Zehnerteam habt für den Bosskampf. Genau, ich schmeiß da kurz hier was rein, wenn wir einfach mehr Drops haben an Karten. Ach, diese Kerne. Ich finde, das ist immer viel zu, ich habe so viele Kerne hier, ey. Wir gucken mal. So. Mal gucken, was ich erstmal die Schweinchen upgrade, die sind ziemlich cool, die Schweinchen. Genau, mal aufwerten. Weil den könnt ihr einfach einen, ja, einen Kern aufwerten, einfach duplizieren. Zum Beispiel nehmen wir den hier, oder den. Und dann könnt ihr das Schwein nehmen, auch, könnt ihr für jede Art von Kern nehmen und könnt ihn einfach upgraden. Das heißt, falls das mal an irgendeinen Kern fehlt, könnt ihr einfach den nehmen. Genau. So, einmal aufwerten, dass es auf Maximalstufe ist hier. Ich finde es so schlimm mit den Kernen. Ich finde, das ist viel zu wenig Platz, ne. Also ich raste immer fast aus, weil das einfach zu wenig ist. Aber nicht schlimm. So, wenn wir jetzt mal ein Org-Kreer ein bisschen upgraden. Das heißt, einfach den Kern auswählen. Dann könnt ihr bis zu 20 andere Kerne auswählen. Und je nach Level 1 des 5 Sterne sind die halt wirklich immer von Erfolg 50%, 100%, je nachdem, was er für einen Stern hat, unterschiedlich. Genau, meine das ist bei Sterne. Das heißt, 1-Stinke 50% Erfolgsrate zum nächsten Upgrade. Welches ein 2 nehmen würde, wäre es direkt 100%. Also von daher wird immer schwieriger, die aufzuleveln. So, kann man dann nehmen, gucken wir mal. Perfekt, Stufe 10. Das habe ich jetzt keine frei. Bumm. So, die auf jeden Fall durchgehen, weil ich kriege da alle halbe Stunde, kriege ich da mal einen neuen Wiedererkundungskern hier. Damit ihr einfach den Dungeon machen könnt. Die brauche ich gleich mal angreifen. Den Drop, den brauche ich nicht. So, gucken wir mal weiter hier. Blub, blub. Ah, schöne Küste. Mhm. Nett. So, immer schön alles mitnehmen hier, was ihr mitnehmen könnt. Dass ihr hier einfach verschiedene Materialien habt zum Erforschen etc. Jetzt gehe ich einfach kurz durch meine 15 Dinger nochmal. Alles einsammeln. Next. Ja, ansonsten macht die Spiele echt viel Spaß. Sie macht es cool. Ist aktuell noch ausgewogen. Eins, was mich ein bisschen stört, habe es sich ausgewählt vom letzten Update, den Arena-Kampf. Der ist einfach, keine Ahnung, zu buggy. Du findest kaum Leute. Ich muss da gucken, ob es jetzt geupdatet wurde. Hier ist zum Beispiel hier eine Karte. Jetzt könnt ihr auch die Kisten wieder erfarmen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt ein bisschen nicht gut dafür einget seid, möchte ich die trotzdem mit rein. Sonst habe ich halt kein starkes Team. Genau, kämpfen wir automatisch. Auto und 2 hier. Bumm. Und halt so mehr Punkte hier farmen, umso bessere Küsten kriegt ihr raus. Genau. Lassen wir mal kämpfen hier. Weiß auch nicht, manche Etappen von diesen Karten sind übelst einfach. Ich kriege locker 158 Punkte. Und manche sind einfach übelst schwer. Und du kommst gar nicht voran. Weil die Helden halt eigentlich nicht für den Eingriff geeignet sind. Wenn die eine Minus-2-Phalse nach unten haben, dann macht man halt weniger Schaden und kriegen mehr Damage. Das ist halt etwas schwerer, da Punkte zu bekommen. Ja, das habe ich gerade abgefragt. Aber egal, wie viele Punkte ihr macht. Jetzt auch zumindest eine Kiste, auch wenn es hier die erste ist. Was mir jetzt aktuell der Fall ist. Bumm, bumm. Na, jetzt war der sogar perfekt. Super. Genau. Können wir gleich mal öffnen in der Runde. Naja, möchte ich nichts kaufen, danke euch. So. Genau, der hat vier Stunden. Ich kann bis zu drei immer aufbewahren. Dann geht es mal weiter. Genau, hatte ich letztes Mal. Komischerweise, ich habe die letzte Mal geschafft. Mit drei Sternen. Jetzt darf ich die auf der Fall gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich glaube, umso höher der Level ist, umso schwieriger werden auch die Gegner. Also es passt sich alles so ein bisschen an. Gucken wir mal, was wir da machen. Bumm, bumm. Dann kommt gleich der Ewa-Skill. Und Heider geht gleich drauf. Schafft er es noch? Ja. Jetzt schaffen wir es wieder. Komisch. Vorhin habe ich auf dem Handy gespielt. Und da habe ich ein F0 geschafft mit drei, vier Versuchen. Und jetzt geht es auf einmal flüssig. Naja. Vielleicht ein bisschen Glück mit der Ausweichrate und so weiter. Aber so ihr Team funktioniert. Ordentlich Damage, guter Heal, guter Tank. Also ich finde, mein Team ist super ausgewogen. Ist okay. Perfekt. Leider keine Leader-Drops, aber nicht schlimm. Weiter geht's. Schon wieder diese Kerne. Ey, wirklich krass. Weiter aus, Leute, mit diesen Kern. Oh Mann. Na, wir machen den Org einfach ein bisschen höher. Ich finde ihn super Damage-Dialer. Machen wir nach Erwerb. Nach oben. Nehmen wir die einfach, die wir jetzt alle gefunden haben hier. Ach ja. Na, da, 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 da. Machen wir mal, da, komm. Alles klar. Wieder acht Kerne frei. Und weiter geht's. Alles mal schön einsammeln. Ja, die Grauen hat die Primiheit aktuell nichts mehr. Aber ich habe alles, was die droppen. Sehr gut. Einen Gliederstein. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Zwei Stunden Wartezeit, bitteschön. Dann nochmal einen Trank einwerfen, damit wir einfach mehr Dungeon-Karten bekommen. Aha. Blub, blub, blub. Eder sei ich wieder voll über 32.000. Ich will aber es ausleveln. Genau, einfach so ein bisschen durchklicken hier. Immer schön machen. Ah, wieder für eine Küste. Wunderbar. Alright, machen wir nochmal. Dum, blub, blub. Fight, fight, fight. Kommen wir schon für die zweite Küste wieder zusammen. Ich habe auch die Sound-Effekte rausgenommen. Warum nur ein bisschen die Musik als Hintergrund gelaufen lassen, ne? Weil sonst wird es irgendwann echt nervig, die ganzen Sound-Effekte. Genau. Und sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder für mich persönlich Verbesserungsvorstellungen, für mein Team, etc. Da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, mich gerne per E-Mail anschreiben. Kein Problem. Wir werden echt alles offen. Genau. So, haben wir ja geschafft. 43 Punkte. Kriegen wir die zweite, erste, zweite Küste. Perfekt. Läuft. Super, haben wir ja noch eine Küste mehr zum Öffnen. So, weiter geht's. So. Das, 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 das. Küste, Küste. Wunderbar. Ihr könnt alles mitnehmen, was ihr seht hier an Unkraut oder irgendwelchen Materialien. Immer mitnehmen, weil ihr braucht die irgendwann. Immer mitnehmen. Und versuchen immer die Erze abzubauen, mit der einfach nachher das Erz umwandeln könnt. Ganz wichtig. So. Das sind wir noch mit. Ich glaube, ich bin aktuell noch dabei, den Drachenkrieger hoch zu skillen, weil der hat echt auch gute Skills. Der wird immer schneller pro Angriff und so weiter. Ist echt ein guter Mann. So. Das haben wir auch. Fertig. So. Perfekt. Gucken wir mal. Läuft. Genau, Drachenkrieger. Der hier. Der hat den Skill. Ja, sind die P-Defeligst nicht sonderlich viel, aber diese Autos gezornen, glaube ich, war das. Genau. Bei jedem erfolgreichen Angriff, bei jedem Treffer, ähm, kriegt er 4,2% mehr, immer 5. Das heißt, er ist da bei 20% mehr Angriffstampo und Abklingzeit weniger. Das ist halt eine ganze Menge Holz, ne. Und Crit-Drahte, der, ähm, Schaden ist erhöht. Also ist schon krass, der Typ. Der macht eine Menge Damage. Der wird auf jeden Fall hochgezogen. So, dann haben wir bekommen. Hier ist ein Äther und ein Nabar. Noch mehr. Hm. Ich bin voll. Hm. Wir wollen ein Hauptteam ist. Eigentlich ganz cool. Ich meine, Drachen gehen wir noch ein bisschen mit. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ein bisschen reinhauen hier. Alle ausrüsten. Bitteschön, mein kleiner. Level up. Ja, nochmal Level up. Geil. Sehr cool. So, läuft. Hat er erst mal ein bisschen was hier bekommen. So, alles geht's nochmal ausleveln. Die machen wir auch Level 1. Level 2. Perfekt. So. Genau. Ich mache aktuell immer schwer. Und zwar den... Fruchtluft schwer. Weil da droppen halt lila Steine sehr oft. Ich schaffe den dritten noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen was an... An den Helden, sag ich mal. So schön. Deswegen brauche ich meine... Ich muss meine Equip aber mal aufrüsten. Dass wir halt die upgraden können. Neuer Rang. Ich meine, ich brauche nicht mehr viel. Bloß noch vier sind Dinger. Dann können wir den upgraden. Kriegen wir hin. Würde sagen, wir wollen ein bisschen Gold verballern hier. Und dann legen wir eine Runde los. Blubblub. So. Genau. Blümchen, wie gesagt, immer mitnehmen. Das ganze Unkraut hier einmal mit, mit, mit. Wie gesagt, die grüne und die grauen mache ich gar nicht mehr. Die brauche ich nicht. Ist halt für mich der... Ich brauche den Loot nicht mehr. So. Zap da ab. Zap da ab. Ja, ist aber nervig, dass man alles klicken muss. Aber einfach einmal... Ah, zweimal blau. Perfekt. So, was haben wir hier? Ah, sehr schön. Nehmen wir mit. Okay. So, dann fahren wir mal die blauen. Vielleicht kriegen wir ja was raus. Alle Team steht. Wunderbar. Ja, der Dungeon ist ziemlich... Also, dieses Gebiet 2 schwer. Ziemlich easy für mich. Klatsch ich locker weg. Kann es gut farben. Ohne Probleme. Und hoffe, dass ich jetzt genau diese lila Steine gedroppt bekomme, die ich brauche. So, was haben wir? Ah, schade. Nein, nicht nochmal. So. Mal den blauen. Der hat auf jeden Fall lila Steine. Die brauche ich. Und das mache ich unterstützt. So, das heißt, habe ich nicht alle zur Verfügung. Aber es reicht für den. Easy. So. Genau. Wir müssen immer erst die fünf Hauptthänen droppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann können wir auf die Fahne klicken. Und er wird unterstützt. Genau. Die müsste ich eigentlich schaffen. Letztes Mal habe ich mit dem Minotaurus locker geschafft. Der hat mir ein Schild gegeben. Aber so läuft es auch, glaube ich, gerade ganz gut. Genau, seht ihr? Der Druide heilt alle immer kontinuierlich. Und der andere Heiler, der Orkschermann ist es, glaube ich, der heilt immer einen richtig hoch. Also er macht einen großen hier und er macht eine Dauerheilung. Und die Beine-Kombo plus den Minotaurus mit Schilds bei Healer, das läuft echt mal ganz gut. Also da kann man echt eine Menge Bosse farmen. So, ich stöpfe nicht, mein Kleiner. Heel, ich brauche Heel. Los, los, los. Schaffen wir. Okay, ist er down. Nicht gut. Muss er trotzdem schaffen. Sehr gut, Leute. Naja, mit Minotaurus war es echt leichter. Der macht eine Menge aus, der Große. War auch geschafft. So. Den Falschen bekommen. Mann, ey. Naja, geht's weiter. Vorbeige das ganze Goitie mit zusammen. Und dann, oh, schon wieder diese Kerne. Ich, wirklich, ich kriege da mal die Krise, ey. Das nervt mich immer so krass. Naja, geht's. Kerne, ich bin schon am Arsch, ey. So, ich wollte den Orken ein bisschen hochbringen. Aber eigentlich, die muss ich auch hochbringen. Kriege haben wir auch noch, ne? Nehmen wir auch. So, nach Erwerb wieder. Ganz oben. Zap, da rab. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Easy. Zehn Kerne frei. Fertig. So. Haben wir hier Arena. Können wir, oh, alle Säleer hat der schon. Wir probieren es trotzdem mal. Genau, guck mal, der Skelett und der setzt Fokus gerade. Aber der ist, der ist leider noch im blauen Bereich. Das merkt man richtig. Und diese Ratte, die ich habe, Lilia, eine Ratte, die ist, gefällt mir nicht. Die hat zu wenig Skills, die mir CC bringen. Geht doch nichts down von denen hier, ne? Doch, jetzt. Zu spät. Vier zu spät. Ja, die Ratte, die stört mich. Die ist falsch im Team. Sie muss hier einen Drachenkrieg auf jeden Fall mit reinnehmen. Der ist stark. Okay. Kannst du ja Spaß noch probieren. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Weil der Drachenkrieg ist noch ein bisschen zu schwach. Aber wir gucken mal. Gucken wir mal. Der hat auch nicht, was ausrichten kann. Ich weiß es nicht. Der ist noch schon noch zu schwach. Ja, auf jeden Fall. Der hat noch keine Gravierung, gar nichts. Aber ja, das war es. Können wir abbrechen, Leute. Tschö. Kein Problem. Ich würde die Arena, das ist so ein bisschen komisch gemacht. Aber vielleicht kommt ja noch Verbesserung im Spiel. So, gehen wir weiter in der Runde. Ich brauche echt diese Scheiß-Leerkerne, die fehlen mehr extrem. Brauche ich nichts. Ich will mitnehmen hier eine Runde. Blub, blub. Genauso ein kleiner Miniboss hier. Ich würde es jetzt auch automatisch machen können, dass man irgendwo einen Knopf drücken kann. Und dann spawnen ja alle automatisch. Ich finde es immer wütend, dass ihr jeden einzelnen anklicken müsst. Aber ansonsten geht es. So. So haben wir hier schönes. Inschrift haben wir schon gemacht. Aktuell kann ich jetzt keine reingeben. Haben wir schon alles hier. Okay, geht es weiter. Ah, cool. Auch hier so ein großer Riesse hier. Mega easy. Das haben wir nur geliebende Dinger droppen. Ich brauche die. Hier die falschen Fackel. Naja. Geduld zahlt sich aus. So, was haben wir hier schönes? Dum, dum, dum. Müssen wir den nehmen, ja. Hoffentlich schaffen wir den ohne Minutaurus. Gucken mal. Er macht gerade so gut ein Damager-Typ hier. Ihr seht, eine Star-Heal hilft echt mega viel vom Droiden. Jetzt brauche ich noch einen Heal für meinen Tank. Ich brauche Minutaurus dafür. Schaffen wir es ja so? Ich weiß es nicht. Oh, wow. Das tut immer weh hier. Schade. Schaffen wir nicht. Da fehlt der Minutaurus. Scheiße. Okay. Ist der falsche Minutaurus? Ist noch unterwegs. Ne, muss der fertig sein. Muss man auch an dem Boss von Minutaurus. Wird auf jeden Fall besser helfen. Und ich nehme mal den Hop-Tiler hier mit vorn betreuen. Und Minutaurus hier unten. Dann können wir den mit rausnehmen. Und ihn. So. Müsst jetzt besser klappen. So. Auf ein neues. Manu, droppt doch mal. So buggy, ey. Okay. So. Und ich habe das Minutaurus. Ich nenne mal einfach Minutaurus. Finde ihn einfach cool. So. Das Schild ist da. Und es hilft halt extrem. Das gibt es nicht, ey. Ein Drecksmonster wirklich. Guck dir das an, ey. Tick, 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 tick. Heel. Ich glaube, es ist besser als das Vorhine. Auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal. Ich brauche den Heel wieder jetzt. Okay. Er macht echt manchmal so einen Schaden, dieser Boss hier. Grauenhaft. Ja, so läuft es. Komm, jetzt geht es denn hier mal eine Runde. Perfekt. Sieht ihr, Leute, das meine ich. Ich brauche wirklich zehn Helden, die wirklich einigermaßen hoch sind, damit er halt so ein Boss hier schafft. Ansonsten wird das nichts. Ansonsten wird das nichts. Wir haben jetzt alle echt perfekt. Oh, Mann. Ich kriege irgendwie nicht die, die ich brauche, ne? Nervig. Ich brauche die anderen, die zweite Storform. Egal. Aber ich schreibe doch ein paar Bosse hier. Sehr schön. Ich brauche den auch immer mit. So. Easy peasy. Läuft. so läuft sind wir wieder ready schön dass mein kleiner aber schrift soll immer ganz gut war etwas machen können damit okay pvp noch das zu stark der typ ja 50 schon ich kaufe noch ein paar dinge hier ein schrifträume immer mitnehmen blabbi blub so erstmal schrifträume wer brauchst sie nicht wieder ein blauer finde ich gut muss immer wechseln hier wie sagt die blauen und die lilan können alle auch diese lila steine droppen die er zum upgrade der waffen braucht oder gegenstände halt alles super zufall ne ja da ist einer genau der falsche wieder aber kein problem hat sich auf jeden fall gedroppt all right so war das einmal genau ansonsten großen ganzen ich hoffe euch hat das video gefallen einfach ein bisschen gameplay ein bisschen mein account wieder vorgestellt werde wieder neues videos rausbringen wenn ich hier wieder ein bisschen weiterkomme im aktuellen account ich mache sonst aktuell noch fortnight videos aber aktuell läuft sich bei mir so mit den wins aber kein problem giants wo mache ich und ich spiele auch aktuell noch returners falls das spiel was hat auch ein ziemlich gutes game ich auch mal ein video dazu machen und dann läuft es ansonsten Leute jeder schön einloggen Belohnung abholen hottime habt ihr auch ein bisschen mit dazu ein bisschen support ja ansonsten immer hier wie gesagt güter mitnehmen schön die dungeons machen damit ihr halt immer schön ein loot bekommt und immer schön die kisten öffnen ja nicht vergessen dungeons super wichtig weil da droppt man auch viele gute monster auf normal muss habe ich ne aktuell genau da wird aber jede halbe stunde wird der einmal mit einer mit einem versuch geabgeordnet sozusagen und dann hat man alles Jo Leute sonst wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag bei den schönen heißen Wetter draußen vergesst sich ein Abo da zu lassen wenn ihr Fragen habt schreibt es in die Kommentare ansonsten euch einen schönen Tag bis denn Euer Google Let's Play Ciao